Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, es gibt so viele negative Nachrichten zurzeit. Es gibt aber auch mindestens genauso viele positive Nachrichten. Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, es ist ein wunderbares Ereignis, eine neue Seele hier auf dieser Erde. Jedes Mal, wenn ein Geburtstag gefeiert wird, es sind wunderbare Ereignisse. Also, auch die positiven Ereignisse, wir sollten sie nicht vergessen. Ein schöner Garten, die wunderbare Natur. Ja, die Natur erholt sich immer schneller von den Strapazen, als wir es uns vorstellen können. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, nach dem großen Feuer in Australien. Ja, da hat sich dann die Natur dort so schnell erholt, da gibt es Tausende und Tausende und Abertausende Koala-Bärchen. Unglaublich süß. Die haben sich erholt, die haben sich vermehrt, die haben kaum mehr natürliche Feinde. Und jetzt gibt es dort eine Koala-Bärchen-Invasion. Ja, etwas Negatives wird zum Positiven. Und womöglich, wenn es dann keine andere Seite gibt, keine natürlichen Feinde, kann das sich auch wieder zum Negativen entwickeln. Eine wunderschöne Nachricht dieser Tage, die mir wirklich sehr gefallen hat, ist die, dass es in den Niederlanden immer mehr sogenannte alternative Schulen gibt. Ja, Schulen, die sich innerhalb der Norm, innerhalb der Norm, was erlaubt ist, an Unterrichtsformen, an die Norm hält. Aber gleichzeitig versucht Kinder auf eine andere Art und Weise und auch auf eine, ja, auf eine holistische, auf eine natürliche Art und Weise an das Leben heranzuführen. Wo Nachdruck gelegt wird auf andere Dinge als auf Mathe, Erdkunde und Geschichte, die ja sowieso in jedem Land anders ist. Ja, es gibt nicht zwei Länder, in denen die Geschichte aus der gleichen Perspektive erzählt wird. Jedes Land erzählt Geschichte aus seiner eigenen Perspektive. Also, sehr subjektiv, nicht objektiv. Diese Schulen entstehen zumindest, also in den USA gibt es ja auch Homeschooling, in Frankreich und in Großbritannien, soweit ich weiß, ebenfalls. In Deutschland ist es nicht erlaubt. Ich glaube, in Österreich wieder wohl und in der Schweiz, so ganz genau weiß ich das nicht. Aber jedenfalls als Alternative zum Homeschooling, was sich auch nicht jeder leisten kann, gibt es in vielen Ländern und darunter eines der Länder in den Niederlanden immer mehr kleinere Initiativen für Schulen, Schulprojekte, wo Kinder lernen, in der Natur zu leben, glücklich in der Natur zu sein, wo Glück ein ganz wichtiges Schulfach ist, ja, Glück und auch, wie gehe ich mit meinem Leben an und vor allen Dingen auch, und das hatten wir hier auf diesem Kanal schon als eine kleine Serie, wo Kinder auch sehr früh lernen, seine Grenzen zu setzen. Das, was viele von uns, ja, vor allen Dingen die aus den 50er, 60er und 70er Jahre Kinder, aber auch in den 80er Jahren, was viele Kinder nicht gelernt haben, ihre gesunden Grenzen zu setzen und dafür zu sorgen, dass die gesunden Grenzen respektiert werden. Wie oft, ja, und das ist übrigens auch ein Unterrichtsfach, wie gehe ich um mit einer Situation, in der ich Schmerzen habe, in der mir etwas weh tut und wie reagieren Erwachsene darauf, ja, dass ich die Schmerzen der Kinder, ob es jetzt körperliche oder auch psychische Schmerzen sind, dass die Schmerzen dieser Kinder ernst genommen werden. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor an diesen neuen Schulen, ja, Kinder ernst nehmen, auch ihre Sorgen und auch ihre Schmerzen ernst nehmen. Es wird so oft gesagt, wenn ein Kind hinfällt, ne, ach, komm, mach dir nichts draus, stell dich nicht so an, kann doch nicht so wehtun. Oder wenn ein Kind sagt, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte nicht mehr zur Schule, ich will da nicht mehr hin, Ich mag die Lehrerin nicht. Nein, das geht nicht. Du musst die Lehrerin mögen, du musst zur Schule. Habe ich übrigens bei meiner Tochter auch gehabt. Meine Tochter wollte eine gewisse Zeit lang partout nicht zur Schule. Sie wollte dort nicht mehr hin, sie hat die Lehrerin nicht gemocht. Wir mussten, ich habe dann, ja, ich habe dann die Schule gewechselt. Wir haben die Schule gewechselt, weil sie, es hat nicht funktioniert. Ja, gut, ich habe es ernst genommen. Ich habe aber andere Dinge, natürlich, ich habe auch viele, viele, viele Fehler, Herausforderungen gehabt, viele Dinge nicht so gemacht, wie ich sie aus der heutigen Sicht vielleicht machen würde. Aber wichtig finde ich, dass die Sorgen und die Ängste von Kindern, dass die ernst genommen werden. Und ja, wenn ich gezwungen werde, zu einer Arbeit zu gehen, zu einem Arbeitsplatz hinzugehen, wo ich den Chef partout nicht ausstehen kann, dann werde ich krank, dann werde ich psychisch krank. Und wenn ich mein Kind in eine Schule schicke, wo das Kind partout nicht mit der Lehrerin klarkommt, aus welchem Grund auch immer, weil da keine, keine, ja, keine Verbindung ist, weil da nichts hergestellt wird. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht mag die Lehrerin ja auch nicht das Kind, vielleicht, weil es die Eltern nicht mag oder weil das Kind es an irgendetwas erinnert. Es gibt so viele Gründe und das Kind spürt das. Es gibt so viele Gründe. Und manchmal gibt es auch Gründe, die ich gar nicht erklären kann, die aus einem vorigen Leben kommen, wo vielleicht diese Seelen sich in einem vorigen Leben schon einmal getroffen haben und das Kind hat panische Angst vor dieser Lehrerin oder vor diesem Lehrer, weil dieser Lehrer oder diese Lehrerin es an diese Situation, an dieses vorige Leben erinnert. Und klar, als Erwachsene sagen wir dann, da müssen wir durch, da müssen wir uns mit auseinandersetzen, da müssen wir uns mit konfrontieren, aber auch nicht um jeden Preis. Wir als Erwachsene können unsere Grenzen setzen. Wann? Wenn wir das gelernt haben. Wenn wir es frühzeitig gelernt haben, dann können wir das als Erwachsene. Aber es wird uns so oft und so lange und so in so vielen Situationen aberzogen. Und wirklich der Ort, wo das sehr, sehr, sehr häufig stattfindet, die beiden Orte, an denen es sehr häufig stattfindet, sind tatsächlich das Elternhaus, das eigene Elternhaus und auch die Schule. Kinder, die ein bisschen langsamer sind, die morgens sich beeilen müssen, weil die Eltern zur Arbeit müssen. Es ist wirklich eine Aneinanderreihung von Faktoren, die dann oft dafür sorgen, dass Kinder irgendwann ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr kennen, weil sie so viele Jahre lang gelernt haben, ihre Bedürfnisse für die Situation, für das, was von ihnen verlangt wird, zurückzustecken. Und wo Kinder dann auch gelernt haben, wenn ich für meine eigenen Bedürfnisse auftrete, wenn ich aufschreie, wenn ich mich bemerkbar mache, dann gibt es dafür keine Belohnung, sondern dann werde ich dafür bestraft. Und wenn das meine Erfahrung ist als Kind, dann lebe ich so sehr, sehr oft mein ganzes Leben lang weiter. Ich traue mich nicht mehr, mich für meine eigenen Bedürfnisse einzusetzen, meine eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. Und ich traue mich auch nicht mehr, deutlich meine Meinung zu sagen. Ich traue mich nicht einmal mehr, meine Meinung auch wirklich durchzusetzen. Ja, ob ich etwas, ob ich für etwas bin oder gegen etwas bin. Und ich traue mich dann, und darüber habe ich ja auch schon ein Video gemacht, ich traue mich dann auch oft nicht mehr, Nein zu sagen. Wir brauchen viel mehr Nein-Sager als Ja-Sager in der jetzigen Zeit, in der Zeit, in der wir uns jetzt die Nein-Entwicklung entwickeln. Es ist eine ganz, ganz, ganz große Energieveränderung im Gange, weltweit. Nicht nur weltweit, sondern im gesamten Kosmos. Und es geht tatsächlich zu einem ganz großen Schwerpunkt auch hier um diese Erde, um diesen Planeten. Da ist diese Energieveränderung im Gange und ganz viele Menschen spüren sie auch. Und in dieser Zeit brauchen wir ganz viele selbstbewusste Menschen, die bereit sind aufzustehen, die bereit sind Nein zu sagen. Und die bereit sind also aus der Liebe heraus, aus der Liebe zu sich selbst und daraus auch aus der Liebe heraus für andere Menschen Nein zu sagen. stark zu sein, stark zu sein, weil das, was kommt, ist so unglaublich schön und auch so unglaublich wichtig, dass wir es uns ehrlich gesagt nicht leisten können, nicht dabei zu sein. Es werden nicht alle dabei sein. Auch das ist klar. Das steht geschrieben. Ja, das steht in der Zukunft schon geschrieben. Alles, was passiert, muss genauso passieren. Denn es ist eigentlich schon festgeschrieben. Es ist schon da. Es ist schon, wenn man so will, es ist schon manifestiert. Aber wir haben die Möglichkeit, direkt zielstrebig diesen Weg zu gehen oder noch über Umwege. Und deswegen auch nochmal hier der Appell. Der Appell an jeden Einzelnen, jede einzelne Seele, jeder einzelne Mensch. Der Appell, seid ehrlich zu euch selbst. Dann könnt ihr ehrlich zu anderen sein. Versucht nicht, aus einem Vorurteil heraus zu handeln. Versucht, aus eurer eigenen inneren Stärke heraus zu handeln. Und aus der eigenen inneren Stärke heraus zu handeln. Die eigene Grenzen zu setzen. Aus dieser Perspektive heraus zu handeln. Das tut weh. Das ist schwierig. Das braucht Mut. Das braucht vor allen Dingen richtig, richtig viel Mut. Aber diesen Mut, den brauchen wir jetzt. Den brauchen wir jetzt so sehr, wie vielleicht niemals zuvor. Und deswegen wünsche ich euch allen heute ganz viel Mut, ganz viel Stärke, ganz viel Kraft aus der Positivität, aus der Liebe heraus. Und ich freue mich, dass ihr das bis zum Schluss euch angehört habt. Und ich freue mich, dass ihr das bis zum Schluss euch angeht.